Max und Moritz Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen? Wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen. Die, anstatt durch Schweiße lehren, sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Ja, zur Übeltätigkeit? Ja, dazu ist man bereit. Menschen nähken, Tiere quälen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen. Das ist freilich angenehmer und dazu auch viel bequemer, als in Kirch oder Schule fest zu sitzen auf dem Stuhle. Aber wehe, 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 wenn ich's auf das Ende sehe. Ach, das war ein schlimmes Ding, wie es Max und Moritz ging. Wir分 douche Zeit.